In diesem Video geht es um die besten drei Spionagekameras. Der erste Platz das High-End-Produkt. Das runde Design der SPY-Kamera ist klein und robust. Sie können diese Spionagekamera in die Ecke Ihres Hauses, Büros, Geschäfts, Autos oder sogar in die Ecke Ihrer Tasche oder Ihres Rucksacks stecken und einen starken Magneten auf jeder metallischen Oberfläche anbringen. Die Geque Wireless Security Kamera zeichnet exzellente HD-Videos in 4K bei 30 Bildern pro Sekunde auf. Das 150-Grad-Weitwinkeldesign ermöglicht einen breiteren Sichtbereich, um jeden Winkel des Hauses leicht zu sehen. Die Bewegungserkennung und die Nachtsicht können 24 Stunden Schutz bieten. Sobald eine Bewegung erkannt wird, sendet die versteckte Kamera eine Benachrichtigung mit einem Bild auf ihr Telefon. Die Nenny-Kamera bietet die Klauspeicher-Funktion, um alle benötigten Daten zu speichern. Jetzt direkt sparen. Der Link zum Produkt ist unten in der Videobeschreibung. Der zweite Platz geht an den Preis-Leistungssieger. Unterstützt die Echtzeit-Videorecording mit 30 Frames pro Sekunde bei HD-Videoauflösung von 1280x720p oder 1920x1080p. Unterstützt Fotografie- und Bewegungserkennungs-Videoaufzeichnung. Kann an eine Powerbank angeschlossen werden. Gesteuert durch 2,4 GHz Fernbedienung. Unterstützt Mikrostkarten mit bis zu 128 GB. In diese Kamera wurde bereits eine kostenlose 32 GB Speicherkarte eingesetzt, die etwa 14 Stunden Videoaufzeichnung mit einer Videoauflösung von 1280x720 speichern kann. Ein Backup-Akku und 7 getarnte Knöpfe sind im Lieferumfang enthalten. Sie können die Kamera nach Ihren Wünschen in Kleidung oder an einem geeigneten Ort verstecken. Der dritte Platz das Sparprodukt. Unsere Sicherheitskamera mit Glühbirne hat eine FHD-Auflösung von 1080p und bietet Ihnen eine farbige Tagesansicht und klare Ehrnachtsicht. Sie werden keinen wichtigen Moment im Dunkeln verpassen. Unsere Wi-Fi-Kamera verfügt über ein Mikrofon mit Lautsprecher, das mit Rauschfilter-Technologie ausgestattet ist, um eine Zweiwege-Kommunikation zu ermöglichen. Überwachen Sie den Status Ihres Hauses ferngesteuert von Ihrem Smartphone oder Tablet, egal wo Sie sich gerade befinden. Es wird eine Benachrichtigung gesendet, wenn eine Aktion erkannt wird. Nicht nur für die Beleuchtung, sondern auch für die Überwachung durch die drahtlose Kamera, anwendbar auf verschiedene Überwachungsszenarien, Live-Ansicht, Überwachung des Ferienhauses. Die Wi-Fi-Konfiguration ist sehr einfach und intuitiv. Folgen Sie den Schritten im Handbuch, verbinden Sie die drahtlose Innen-Wi-Fi-Kamera mit Ihrem 2-4G-Router.